Peace Leute, was geht? Heute gibt es ein kleines Q&A von mir. Der Alex hinter der Kamera stellt mir die Fragen. Let's go! Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Das liegt an meinem zweiten Namen, Andreas. Dann habe ich das einfach in Englisch übersetzt und dann kam einfach Simon Andrews, also Simon Andreas Simon Andrews, so zustande. Das ist echt schwierig. Mein allerbester Kick, den ich jemals hatte, war damals den Support Act für Late Back Luke im Bootshaus zu spielen. Da werde ich mich auf jeden Fall noch sehr lange daran erinnern. Das war echt mega geil. Mein Traum als DJ. Ich glaube, für mich wäre es echt ein absolutes Highlight, wenn ich irgendwann mal schaffen will, auf die Baruka-Bille auf der Main-Chat aufzulegen. Das wäre als DJ, glaube ich, einer meiner größten Träume. Mein größtes Vorbild? Uh, da habe ich auch mehrere. Aber momentan würde ich sagen, ist David Puentes einer meiner größten Vorbilder. Ich feiere seinen Social Media Extrem und seine Musik ist echt auch Hammer. Mein momentanes Lieblingslied? Uh, da gibt es auch eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, momentan feiere ich von Topic, Why Did You Lie To Me? Das ist ein neues Lied, das feiere ich momentan extrem. Ich sehe dich. Kurs Ever für��하면 Komplett Ho advocacy den